Wichtige Nachrichten sind raus und der Kurs ist immer noch einigermaßen stabil. Ein bisschen Bewegung hatten wir. Wir gucken mal um 15 Minuten Chart hier beim DAX. Die Daten, über die es heute zu berichten gilt, das sind die Daten aus Amerika zur Preisentwicklung. Die gucken wir uns natürlich gleich an. Und sie haben zumindest mal für ein bisschen Bewegung gesorgt. Wir sehen, dass wir hier eine heftige Abwärtsbewegung erstmal hatten, anschließend wieder nach oben. Also doch irgendwie wieder Non-Event. Da dieses Tief nicht überschneidet mit dem hier, ist es zumindest mal erstmal nicht so schlecht. Das wäre doofer gewesen, wenn das überschnitten hätte. Im Moment würde ich erstmal sagen, ist doch die Welt, was das angeht, nochmal in Ordnung. Das ist allerdings der Index. Ich will mal mit euch auf den Future gucken. Jetzt klicke ich hier wie wild rum und immer auf die falsche Klappe hier. Das gibt es gar nicht. Das ist jetzt der Future-Kurs sozusagen dazu. Und dann sehen wir, dass wir hier auch zumindest im hinteren Teil überlappungsfrei sind. Vorne dann doch inklusive des Nachthandels, der aus meiner Sicht anders zu bewerten ist als der in Amerika. Warum ist das der Fall? Weil in Amerika natürlich die Handelszeiten auch die Haupthandelszeiten sind. Aber die ganze Welt handelt auch gegebenenfalls zu ihrer Zeit. Ich weiß, das ist aus Japan zu berichten, dass man sagt, naja gut, zur japanischen Zeit kann man auch mal den amerikanischen Markt handeln. Aber zur japanischen Zeit, also mitten in der Nacht hier, handelt keiner den DAX so richtig. Also insofern ist das nochmal ein bisschen anders zu bewerten. Das aktuelle Bild allerdings, ich habe es eben gerade angesprochen, hier im 15-Minuten-Chart beispielsweise, macht einen sehr guten Eindruck hier, was die Bewegung nach oben entsprechend angeht. So, wird das Ganze gestützt durch Amerika. Bevor wir aber da drauf gucken, gucken wir ganz kurz nochmal auf das Zahlenmaterial. Wobei wir ja schon mitbekommen haben, Markus Fugmann hat dazu ja ein sehr schönes Video heute Morgen auch schon gemacht. Vielleicht habt ihr das auf Finanzmarktwelt.de schon gesehen oder im YouTube-Kanal eben. Da gibt es so ein bisschen die fundamentalen Hintergründe. Ich bleibe da ja charttechnischer, was das angeht. Trotz alledem, kurzer Blick auf die aktuellen Zahlen. Sehr verwirrend durch die verschiedenen Anpassungen, die da sind. Die Zahlen werden nicht weniger. Im Gegenteil, es wird mehr und die Vergleichbarkeit immer schwieriger. Na gut, lassen wir das mal so außen vor. Die Initial Jobless Claims kamen ebenfalls. Keine große Überraschung aus so ein kleiner Rücksetzer. Aber ich sage mal, im Endeffekt ist es jetzt kein ganz riesen Überraschungsmoment, was wir da von der Datenlage eben hatten. Zumindest mal aus meiner Sicht nicht. Und die Daten, so wie der Markt damit umgegangen ist, lassen das ja vermuten. Und witzigerweise, wir hatten das mal so überlegt und vorgeschlagen als eine Idee. Ich mache mal weg. Diesen 5 Welle haben wir so halbwegs bekommen hier. Wir schauen uns das Ganze hier hinten mal an, wie die Situation war. Auch hier Daten runter erstmal. Hier im Zuge der Daten. 15 Uhr das Tief. Jetzt wieder tapfer nach oben hier beim Dow Jones Future in dem Fall. Also das Ganze erstmal egalisiert und damit diese Abwärtsbewegung auch erstmal überlappungsfrei und deshalb immer noch relativ positiv. Das können wir als Kurzzeit-Trader da vielleicht für den Nachmittag mitnehmen. Die jüngste Bewegung ist eigentlich ein Schub nach oben. Also wenn wir uns das mal so ganz vereinfacht angucken. Wenn es jetzt hier etwas sehr schön Korrektives gibt, dann wäre ich durchaus gewillt, nochmal die Longseite mitzunehmen. Nämlich einerseits, weil diese Bewegung mehr oder weniger überlappungsfrei nach oben war. Wir hatten hier so kleinere Rücksetzer vielleicht da innen drin. Das ist alles erstmal safe gewesen. Da ist nichts Großartiges an Korrektur. Das wäre eine typische Korrektur, die bei Bruch des Zwischenhochs eben für die Fortsetzung spricht. Und das Ganze passt eben wunderbar auch in das übergeordnete Bild, wo ich gesagt habe, ein bisschen höher kann es ja hier nochmal gehen. Dann hätten wir hier sogar in der kleinen Ebene den Fünfweller. In der großen Ebene den Fünfweller. Und wer jetzt ein bisschen fit ist und aufgepasst hat, das ist genau das, was ich gerne mag. Aber was dann dafür sorgt, wenn wir die fünfte Welle der fünften Welle haben, dann wäre ein übergeordneter Rücksetzer wieder sehr sinnvoll. Und der bietet dann die nächste Longchance. Ihr seht also, ich rede eigentlich mehrheitlich von der Longseite aktuell. Es gibt gar nicht so einen großen Grund, jetzt hier so massiv auf die Abwärtsseite zu schielen, wenn ich mir das hier angucke. Macht das einen sehr soliden Eindruck. Der Rücksetzer, den wir hier haben, das wäre, wenn das dann tatsächlich so kommt, ein typischer Korrekturrücksetzer. Hinweis, das sollte dreiwillig aussehen, Trigger diese Marke, beziehungsweise in irgendeiner Form, wenn es nicht so aussieht, kriegen wir das auch weg, dann irgendwie wackelig nach unten, sodass wir unterscheiden können. Das ist die eher starke Richtung, das ist die schwache Richtung. Einige sagen auch Bullenflagge dazu. Das gibt es verschiedene Varianten, wie man das beziffern und benennen kann. Die Erwartungshaltung wäre aber, wenn wir die Zwischenhochs wieder reißen. Warum die Zwischenhochs? Naja, fallende Hochs, fallende Tiefs machen halt einen Trend gerne aus. Und wenn dieser Mechanismus durchstoßen wird, haben wir zwar keinen Beweis, aber einen deutlichen Hinweis dafür, dass dieses hier beendet ist. Also ein Hinweis, kein Beweis. Das heißt, wir können dann uns diese Überlegung, dass wir da einfach long gehen in diese Richtung, der uns durchaus stellen, weil wir ja auch ein übersichtliches Risiko haben gegen eine relativ deutliche Gewinnseite. Die habe ich jetzt noch nicht mal richtig gemessen. Ich glaube, es ist sogar noch ein bisschen höher. Aber das wissen wir ja noch nicht, weil wir dieses Ausmaß hier noch nicht kennen. Aber ihr seht schon, cool, die Chancen sind nicht so schlecht durch den Bruch. Und wir haben ein ganz gutes CRV, da bietet sich was. Aber ihr seht schon, das ist eine Stufe größer im 4-Stunden-Chart. Im Moment bin ich nicht so wirklich negativ drauf. Hier wird sich dann nachher zeigen, ob das Ganze wirklich korrektiv runtergeht. Genauso wie es hier im 4-Stunden-Chart eine Stufe größer. Also erst noch mal der Hoch. Dieser Hoch hier, das ist quasi das, was wir hier noch zu erwarten haben. Also da noch ein bisschen höher als das. Möglicherweise 35.800 ist da eher noch ein harmloser Marker. Ich würde mich auch nicht wundern, wenn es 900 noch erreicht. Irgendwie sowas in der Richtung. Vielleicht sogar die 36.000. Und dann eben diese Korrektur. Das würde eigentlich wunderbar passen. Tja, wie sieht es am Tech-Markt aus? Wie sieht da die Entwicklung nach den heutigen Zahlen aus? Naja, grundsätzlich ähnlich. Was erwarten wir? Starke Rücksetzer, starke Erholung. Auch hier gilt, ich gehe auch mal hier auf den 5-Minuten-Chart. Der ist für viele Intraday-Händler der spannendere. Dass wir eigentlich eine recht deutliche Aufwärtsbewegung haben. Wenn wir hier irgendwie was dieser Art bekämen, wäre das genau wieder so, wie ich mir das vorstelle. Nämlich eine scharfe Aufwärtsbewegung hier nach oben, dass sich das fortsetzt. Gegebenenfalls, nötigenfalls, muss man das sogar zweimal machen. Ich mache mal hier ein Negativbeispiel. Das ist eine relativ starke Aufwärtsbewegung und das ist hier eine wackelige Aufwärtsbewegung. Da würde man doch sagen, das was hier ist, kommt nochmal. Allerdings muss man ein bisschen aufpassen. Das ist hier völlig überlappungsfrei nach oben. Also es ist eigentlich gar nicht wirklich korrektiv. Das heißt, dieses Teilstück hat nicht den hundertprozentigen Anschein, eine abgeschlossene Korrektur zu sein. Das macht eigentlich so gar keinen Sinn. Dann im zweiten Versuch allerdings von mir aus eine A, B, C nach oben, eine A, B, C nach unten und dann nochmal hier eine überlappungsfreie letzte Bewegung hier. Dann ist also quasi das hier die Gesamtbewegung, die Gesamtkorrektur und anschließend dann die Fortsetzung in die Haupttrendrichtung. Also achtet darauf, das sind so kleine Details, wo man häufig sagt, ja, aber hier wackelt es doch auch. Ja, aber es ist eben überlappungsfrei. Das mit dem Überlappung, gucken wir nochmal. Dieses Hoch hier und dieses Tief überschneiden sich nicht, nicht mal versuchsweise. Das heißt, wer an dieser Stelle gedacht hat, ich kann da schon mal Short gehen, der hat hier eigentlich keine so klare Korrektursituation. Das wäre anders, wenn es eine echte A, B, C gewesen wäre, dann wäre der Trigger hier. Oder alternativ, wenn es eben wackelig mit Überschneidung, also ihr seht, der ist tiefer als der, dann wäre das korrektiv. Mit solchen Kleinigkeiten könnt ihr Fehleinschätzungen reduzieren. Ich sage bewusst nicht ausschalten. Denn es wird trotzdem dazu kommen, dass ihr immer wieder auch Negativ-Trades habt. Das lässt sich mit dieser Methode nicht gänzlich vermeiden. Aber wir haben dann zumindest mal eine Reduktion von unnötig doofen Fehle-Trades. Und wenn man sich das mal anguckt, welche Performance man meistens hat, ist es so, dass eigentlich läuft es doch gut, wenn diese zwei, drei blöden Trades nicht gewesen wären, dann wäre das Ergebnis sogar noch positiv. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber so war es bei uns ganz am Anfang sehr häufig, dass wir gesagt haben, Mensch, eigentlich läuft es doch schon gut. Aber an so einigen blöden Stellen, vielleicht auch, weil man dann sagt, ich will es nicht verpassen, ich muss mit dabei sein, da holt man dann die Performance wieder weg oder macht sie kaputt. Das so als Idee für euch zur Orientierung. Vielleicht zum Abschluss nochmal, was der S&P gemacht hat. Allerdings, ihr seht, das ist hier im Nahkampf-Chart genau das Gleiche. Also die Quintessenz ist eigentlich für alle drei Amis hier das Gleiche, nämlich, dass die letzte interne Bewegung relativ stark war. Wir sehen allerdings, dass anders als beim Dow Jones hier, ihr seht, dass dieses Tief ist niedriger als das hoch. Und damit sind wir in der Überschneidung. Was in der letzten Bewegungswelle durchaus sein kann, als Stichwort wäre Ending Diagonal. Das würde bedeuten, dass aufwärts, ja, geht nochmal. Dafür spricht ja auch diese Bewegung vielleicht sogar noch besser, wenn es dann mit Wackelig hier so geht. Aber danach müssten wir erstmal eine Pause haben und dann sind wir wieder genau bei der Zeichnung, die wir vorher hatten beim Dow Jones. So, das Index-Update, das zu den aktuellen Marktsituationen, die wir jetzt haben, in den breiten Märkten, sage ich jetzt mal, in den unterschiedlichsten Märkten in Amerika. Es sieht also tendenziell positiv aus. Wichtig für heute Nachmittag ist, kriegen wir jetzt hier was möglichst Wackeliges, was möglichst Korrektives, dann haben wir die bestmögliche Chance, daraus etwas zu tun, nämlich für neue Einstiege zu sorgen und gegebenenfalls uns triggern zu lassen für die letzte Runde auf dieser Zeitebene. Und dann können wir sagen, wir machen Gewinnmitnahmen oder wer es aussitzen mag, kann sagen, ich brauche doch längerfristig einfach nur einen Einstieg. Das lasse ich dann laufen, stoppe hier unten drunter. Solange es nicht noch tiefer geht, ist okay. Kann man machen. Nicht mein Favorite, aber wäre natürlich auch noch denkbar. Soweit das zu diesem Thema. Euch jetzt erstmal alles Gute, ganz liebe Grüße und bis zum nächsten Beitrag.